also hauptsächlich nach zombies zombie und drei creeper und ein skelett okay wartet man beim volltreffer und beim noch mal volltreffer und beim verdammt verfehlt okay gut warte mal okay ist das ganze stelle die ich jetzt ab und gezogen habe okay komm creeper okay alle verdammt weg nein nein nicht jetzt werden ja schießt ich habe auch auf dem boom gehört ich will doch nur zombies ich brauche karotten und kartoffeln was natürlich geil für die musik die gerade im hintergrund läuft habe ich wirklich alle rechte weil ich die selber gemacht habe ja gut nicht ganz alleine aber drei zombies ist eine struktur der hat gerade das fleisch von seinen mitfreunden aufgehoben er ist ein kannibale habe ich auch gemacht jetzt bewegen uns auf den schwebenden sich bewegen den schwebenden sich bewegen den blätterlen okay sehe ich irgendwo was und ich beobachtete den wald mit den extrem realistisch aussehenden sternen und den wolkis die so episch waren und der mond der runde eckige mond und ich dachte mir es ist alles perfekt die roten fleisch geil epic ja die wieder schicken und nödel mich einfach jetzt auch auf dass du zwei fps hast nein das können wir nicht machen ich habe gerade 33 also ich habe da voll viele wir sind ein zweiter bisschen eine spinni spinni tot so wie namen ist der zu ist denn immer noch nichts schade die chance ist gering aber wenn wir sie haben damit erstmal gepflanzt und geht zwei endermänner die werde ich jetzt ich werde kein endermann zu 20 zu 20 angreifen das ist jetzt man kann nämlich so wenigstens mal zwei endermänner auf einmal doch drei endermänner auf einmal ne vier sind egal bei vier bestimmten sind das du hast du eine richtung like debitor doch gewusst da war jemand stück du heide ok könnte ich mal auseinander gehen wenn ich einen habe ich doch nur ein zorn auf mich oder hallo nein doch nicht ich habe meine kühle bis sich der endermann geruhigt hat und alles andere übertönt guck mal dass sie dir so genial was ist die endermänner hin ach da ist ja einer und ein krieg für den püppel das gelettet ist gelettet ich habe ich weiß nicht töten ich habe 3 für den zombie gebraucht das ist schon einmal und der schluss entweckt ist nervt jetzt wo ich da jetzt der endermann ich will also sordenaufgang ich brauche ein anderes ich brauche ein epischeres lied da das ist ein pfeif ledigst halt mal mit ja also das ist echt überragend hast du eigentlich kartoffelkarotte nein nächstes jahr möchte ich nach einfach noch mal ich gucke mal unser altes haus da wo ich weiß noch da wo ich hier holz abgefarmt habe ja ja es ist ja wieder rückgängig gemacht worden hell auf jeden fall der wintergarten von eric hier noch was war hier nicht mein raum oh ja und jetzt haben sich hier fledermäusle eingefunden haut euch haut euch wurscht der andere hey haut euch da hinten in der dunklen dunklen ecke warte ich habe ich weiß es kommt sie doch nicht mehr raus ich habe zugebaut ich hätte auch bb geil unser intro lied von der special da 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 ich war krummann ich bin eine tür ich lass dich boogen ist schon wieder abend oh gott der ist schildermann ich nehme einfach mal nicht die tür ich komme wieder zurück ich weiß gar nicht was die machen sollen wir machen nachher noch eine höhlentur dann laufen wir ein bisschen weiter weg ich ne da fliegt man dann kurz ein bisschen weiter weg und suchen eine höhle hab ich doch aufgeschrieben du noob so was kommt hier oben rein deine mutter die ersten together folgen aber nochmal so im voraus ähm das sage ich eigentlich viel zu spät aber egal diese folgen werden trotzdem alle in der make of history ähm playlist kommen und auch mit dem einen intro warum weil das noch nicht das eigentliche together ist das eigentliche together habe ich sicher mit einem anderen als eric das wahrscheinlich nichts gegen ihn geplant wenn ihr euch fragt warum weil ja eric ist schon toll er ist auch geil aber ich möchte einfach auch mal was mit äh ne man hat mit einem anderen youtube machen einfach mal mit youtube komplett zu interagieren ich überleg mir gerade wie ein ambos gegen wieviel ersten plage brauchte ich von euch ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht okay und Oh, hast du noch Fähigkeiten mit dem Level? Vielen. Ich bin der Level in Aral-Chance. 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 Oh, wir waren der Amboss. Kann ich noch ein bisschen nachgucken, wie der Amboss geht? Ja. Kleinen Moment mal eben. Um Amboss-Minecraft einfach eingeben. Und dann... ...pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap. Hier habt ihr die schöne Reman-Arts-Musik im Hintergrund. Als es ist 3 Uhr kommt, meine Mutter auch noch irgendwann nach Hause. Sag mal was, das Mikro direkt bei dir. Okay, hab's. Nein, hab's nicht. Doch. Nachkommen, so einfach alles weg. Nicht so weit weg, Mann. Ich finde, man braucht für den Amboss schon ein bisschen... Obwohl, ich sag mal, ich will nicht einen machen, weil eigentlich... Kann ich ja alles mit dem Amboss auch mit dem, äh, Enchanting-Plus-Matt machen. Egal, man braucht da einen. Finde ich auch, dass es so war. Finde ich auch, dass es so war. Vor allem, glaube ich, kann man andere entschlagen. Haha. Geh da raus, ich will ihn benutzen. Geh da raus. Ich will mein Schwert reparieren. Ich will mein Schwert reparieren. Sollen wir es mal... Sollen wir es umbenennen? Sollen wir es umbenennen? Ne, wie nennen wir es denn? Ah ne, ich will es eigentlich ja reparieren. Ich will es nicht umbenennen, lieber reparieren. Was? Geht nicht auf Eisen? Ich hab keine Diamanten. Wie soll ich es nennen? Ich nenn's jetzt irgendwie. Äh, 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 äh. Das wird mir grad spontan einfallen. Ne, boah, wie nenne ich denn das Lied jetzt? Das Lied? Oh, geil. Shakespeare, Romeo und die Julia. Ich nenn das, 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 das... Ich geb dem jetzt noch keinen Namen. Ich will jetzt lieber schon meine Sachen entscheiden. Dann umbenennen werde ich meinen Anlisch. Ich wollte reparieren, habe aber leider keine Diamantos. Okay, den Amboss tue ich noch kurz umstellen. Kommt der Amboss hin? Na, ey, dann krank. Ich fand, die Folge sogar bei zwei. Ich fand, der Amboss passt eher in den, in den Enchanting Room, ne? So, hier steht er, zwischen den Büchern. Ja, ich weiß, warum ich den Default, äh, äh, Dingskin hab. Weil ich keine Verbindung zum Internet hab. Warte mal, ich wusste jetzt mein WLAN-Stick. Nein, ich will meinen Skin haben. Ich will meinen Skin haben. Doch. Wo ist der? Aber ich will meinen Skin haben. Voll der Noob-WLAN-Skin, äh, Skin. Stick. Also, Falt erweitert haben. Ich bin dir grad wegen dir runtergefallen. Ich mach mal, leg mal wieder ein bisschen leise. Ich nehm mich immer noch auf 13. Erik. Ich möchte dich kurz an diesem wundervollen Lied teilhaben lassen. Nein, nein. Hör auf. Hör auf jetzt. Aber ich würd sagen, das reicht doch für die Aufnahme, oder? Ja, dann würd ich sagen, sagen wir dir Stefan mal Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sind schon eine Woche nach. Was gibt's noch zu sagen, außer... Tschüss. Tschüss. ...